Wow, Freunde, schaut mal! Dieses Schloss ist ja ein Traum. Los, lasst es uns zusammen auspacken. Und auf diesen Bildern hier sehen wir, wie wir das Schloss zusammenbauen müssen. Und jetzt bauen wir die Wände des Schlosses. Und jetzt sind diese Teile dran. Und jetzt ist die Türe an der Reihe. Zwei Türme sind schon fertig. An den Balkon kommt noch ein Geländer. Die zwei kleinen Türmechen sind auch fertig. Ist mein Schloss schon fertig? Ja, mein König, Ihre Königin wartet schon auf Sie. Ja, mein Königin wartet. Ja, mein Königin wartet. Ja, mein Königin wartet. Ja, mein Königin wartet. Ja, mein Königin wartet.